Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Trackmania Buch 2 Canyon und Plattform bald kommt ja noch Dings Stadium dazu und Dings jetzt mit Mania Valley und ich hab mir vorgenommen ihr werdet jetzt wahrscheinlich nach dem Zieljenigen Trackmania kennen Trackmania 100% Gold Canyon erstmal und dann Plattform es könnten paar Folgen dauern ich hab noch nicht angefangen hier meine Gruppe ich spiele das alles mit hier mit dem wieder mit dem D3 Tool vielleicht mal im Video dazu habe ich schon so erwähnt Dings dann fangen wir direkt die erste Strecke mal an bitte schreibt mir in den Kommentaren welche Themen ich mir vielleicht mal anstrengen würde das macht eh wieder keiner weil irgendwie so ganz viele Spassies meine Videos nicht gucken und gucken schon aber es haben keine Kommentare genauso wie das Minecraft Abstimmungsvideo es haben irgendwie 25 Leute geguckt zwei haben abgestimmt Leute Leute ja gucken uns die Strecke mal an ja irgendwie ich weiß nicht woran es liegt auf jeden Fall es ist verbuggt ja Goldmedaille einmal spielen es ist verbuggt ich hab kein Ton beim Auto so wir gucken uns mal die Strecke an voll Graphics übrigens okay doch nicht immer als Einführungsvideo gucken wir uns an da ich hab keinen Ton ich weiß nicht woran es liegt erstmal ich hab's noch nicht wirklich gespielt nach einer Strecke ähm ähm boah ja man kann driften neuerdings also ich hab wirklich jedes Trackmania gespielt ich bin ja Alter wieso überholt ihr wie spaßt ich mich denn wow ja man noch Gold oh mit 44 hundertstel Sekunde oh so dann hören wir schon mal was weiß ich von wieviel Strecken Nations Forever habe ich auch ähm United habe ich noch nie gespielt verbessern nein verbessern möchte ich nicht ähm ich find's halt nur wo ist das hallo ich find's halt bei Trackmania Nation also United Schwachsinn weil ich hab original dass ich mit Open Windows 7 nicht mehr spielen kann fuck you Windows 7 ganz ehrlich so boah was ist denn das da konnte ich mir den einspielen so ähm Einführungsvideo so bla 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 nun mal gucken wie ich das fixen kann ich weiß nicht woran es liegt PS3 Controller wieder und so alles oh jump der erste Sprung in Trackmania Canyon weee so direkt um die Kurve gedriftet ja die ersten Strecken wie gesagt sind Pupi einfach jedes Mal in Trackmania und bam ähm ja der ist schön weggeflogen second Trackmania first checkmania okay beenden A0 3 A0 3 auch ein Minischlitz weee äh Goldmedaille spielen so wieder irgend so ein Scheiße und los geht's Mio doch nicht bei ihm hat es den Park wenn es gut hat dann hat es wird zu tun wo o haha hätte ich die Goldmedaille schon nicht geschafft ich hab mir spielst gemacht gönnt nein auf verfickte Scheiße Mann wird er geht ja schon super los schön eng die Kurven immer nehmen und bremsen ja doll der schlägt und schlägt sich einmal nein du kleiner Hurensohn du spaß die verbessern los jetzt schon überschlägt sich und oh man da sehen wir einen ghost und ein geist und na wenn ich so das war also hier ist eine Strecke wo du wirklich auf Speed legen musst das sieht man auch ich feiere boah das ist so ein Minischlitz das ist krass 18,36 Sekunden jetzt habe ich aber Vorsprung dicken Vorsprung sozusagen es geht vom Vorsprung aber jetzt du das gibt's nicht meine Fresse nee wie macht der das jetzt habe ich wieder Vorsprung so nein ich bin ins Wasser war wie höh höh nicht soll ich nicht so auf Vorsprung hier bauen sondern eher vom Sprung So So, und hier überschlägt er sich und Bäm, Junge So, mit 19 Hundertstel Äh Nein, hallo Wie? Wie? Nein Oh Wenden Oh Haben wir doch Gold Au, 4 Plattformen wird wahrscheinlich ziemlich scheiße schwer Ähm, Goldmedaille Ausfüllen und spielen und los geht's Start das Spiel gleich mal neu Nach der Strecke Gucken, ob ich da Ton dann wieder hab, richtig Boah, mieser Spacken Hoppala Nur mal neu starten Goldmedaille kriegen wir schon mal nicht Das ist hundertprozentig sicher Ähm, wenn ich die Gold hab, dann Äh, ja Bam, da waren wir doch gut um die Kurve gekommen, oder nicht? War das nicht Größe, Höchstleistung, Leute? Ist das schon ein Ziel? Nein, natürlich nicht Boah Boah Aber in manchen ist es wirklich ziemlich knapp, was man da erreicht So Und wie gesagt Äh, beenden Dann Geh ich mal kurz raus Und dann sehen wir uns gleich wieder Tschüss, Leute So, Leute, da bin ich wieder und los, weiter geht's So Solospiel Weiß Abo 5 Mal gucken, ob ich jetzt Ton hab Werde wir sehen Also vom Auto, mein ich Ja, am Anfang lädt das immer noch, weil er die Engine alle nochmal laden muss Ähm Dauert mal ein bisschen, aber Ja, jetzt Ahaha Jetzt hab ich wieder Ton Goldmedaille fährt am Anfang langsamer als die Silbermedaille, okay Bronzemedaillen sind so einfach, ne Ich krieg selbst jeder Lappen hin, also ganz ehrlich So Leute, ich spiele jetzt alle in 6.9 für euch, ja Obwohl ich Och Mann, was ist das denn Verstehe ich nicht Warte mal Mh Ich guck mal kurz nach im Internet, wo dran zu liegen könnte Tschüss Leute, ich hab keine Ahnung, wo dran zu liegen könnte Aber wir gehen mal kurz raus Ähm Das Blende ich hier aus Komm ich nicht, denke ich dran Hahaha Ich nehm mal den hier Vielleicht hat der Ton Moment mal Erweitert Da steht nicht, okay Fuck you Mann Komisch Ich hab irgendeine Gruppe geöffnet Könnt ihr rein So Scheiß Start Ich weiß nicht, wo dran es liegt Könnte auch an Aufnahmen liegen Spann mal kurz So Hier haben wir Die haben ja hier Am Ding Sound Aber er dann wieder nicht, ne Ja Unds vor mich Das ist halt die Hupe von dem Fahr Ich fahr erst die Strecke mal ab Oder vielleicht krieg ich schon Gold Haha Wie geil Aber Das Ähm Kotzt mich an Irgendwie Das ist irgendwie ein Bug Der schon älter ist Aber der eigentlich gefixt Ist Ach das sind Fünf Strecken So Ja Dann fahr ich mal schneller Die ganze Zeit So Ist aber einfach Oh mein Gott Ich hab Fahrzeug Sound Ganz neu starten So Wie ging das Hä Und der scheiß Jetzt Wieso geht das nicht mehr Hallo Äh Willst du mich verarschen Ich will das neu starten Okay Irgendwie hat er das nicht eingestellt Moment Profil Steuerung Allgemeine Eingaben Viele Eingaben hier Respawn Keine Ahnung Egal Nochmal Mal Mal gucken Ob wir jetzt Sound haben Wir haben die keinen Sound Ey Ich versteh's nicht Ja Gut so Irgendwie ist das ein Bug Ne Ein unschöner Bug Finde ich Weil das Hat auch was Ein bisschen mit dem Spielgefühl Zu tun Was man jetzt Motorsound hat Ich hörte ja das gar nicht so stark Wie ein Manual Lava Aber hey Das ist halt cool so Mann Das kritisiert mich nicht Oh Neeee Also mit dem Driften Das ist geil Für Trackmania Und das hab ich mir schon öfters Gewürzt Weil das gab's immer nicht Leute die nur das hier gespielt haben Ähm Kein Fehlkauf 20 Euro Kein Fehlkauf Aber mit Controller Ist das noch geiler Also dieses leichtere Einlenken Und somit konnten Mit Maus kann ich mir das schwer Ähm tatsächlich kann ich mir das Schwerer vorstellen Das Driften Das ist wirklich Pupi Einfach das Driften Einfach kurz Hand Ähm Bremse drücken Fertig Seht ihr Man muss sich aber entscheiden Ob man driftet Seht ihr das wie Heftig weit ich vor dem Goldenen bin Und Leute die kein Trackman erkennen Es liegt nicht am Auto Es ist höchstens nur ein Skin Der macht nix an dem Handling Anders gar nichts In Porsche fand ich nur cool Irgendwie 50 Credits Also 50 Ähm Planet Zartell gekostet Irgendwie kann man die aus Ähm Karpark nicht mehr ziehen Keine Ahnung was die da gemacht haben Funktioniert irgendwie nicht mehr Da meinten irgendwie alte Dinger Nicht funktionabel oder so Ich weiß es nicht Okay Okay Die hört Höre ich nicht Aber ich hör meinen Wagen Okay Ah 06 Jetzt werden die glaube ich Schon schwerer Bis jetzt sind die alle Einfach finde ich Außer die eigene Jumpmap da Goldmedaille auswählen Spielen So Nee 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 Ist das wieder eine Runde Map Nee ne Jetzt hab ich wieder können Egal Ich weiß es Nicht Wow 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 Halt Stopp Boah Ich will die Scheiße Komplett neu starten Mann Warum geht das denn nicht Also Das ist doch zum Kotzen Profil Steuerung Spieleingabe Respawn Ähm Is das Särven STE